Die Hexenjagd auf die Fake-Geeks hat begonnen. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn man sich auf Conventions und in sozialen Netzwerken bewegt. In welchem Jahr Talieser Zeitrechnung wurde denn Dristow Urdan geboren? 1000 noch was? Keine Ahnung. 1297! Hey, okay. Wer war der Stargast auf der Fetcon 4? Picard oder so, ne? Walter König! Achso, sorry. War ja nicht da. Sag mir mal, wie besiegt man denn Dran Dragore in Eye of the Beholder 2? Wie besiegt man den? Ich weiß nicht, mir ist das zu lange her. Wie viele Trefferwürfel hat eine Taraske? Was weißt du denn überhaupt? Weiß ich nicht. Von welchem Planet kommen die Daleks? Skaro? Das hast du geraten. Ja, nee. Was war das letzte PC-Spiel, was du überhaupt gespielt hast? Weißt du überhaupt, was du da für ein T-Shirt an hast? Ja, klar. Wann führte DC das erste Mal Bane an? Weißt du das? 1980 oder so? Luzer, 1993. Weiß ich ja nicht. Ab welcher Stufe geht ein Feuerball? Weißt du das? Meinst du jetzt bei 3.5 oder was? Ich meine, was bedeutet es eigentlich, Geek zu sein? Zugegeben, früher war alles ein bisschen anders. Wir haben uns auf Conventions getroffen mit Freunden, haben das gleiche Hobby geteilt und haben uns so ein bisschen wie die Ausgestoßenen gefühlt, wenn ich verkleidet dann durch Bonn gerannt bin oder so und hab da nicht viel Verständnis bei den normalen Leuten geerntet. Das Wort Geek oder Nerd kannten wir damals noch gar nicht. Den Begriff, wir waren einfach so. Wir haben einfach gemacht, was uns Spaß macht. Und irgendwann wurde dann Geektum richtig populär. Also das war durch verschiedene Filme, durch Serien wie Big Bang Theory, war plötzlich Geek total in. Geek war das neue Punk. Du konntest Individualität dadurch ausdrücken, dass du Geek warst. Plötzlich wollten ganz viele Leute Geek sein. Ja, und dann passierte es. Dann tauchten sie auf. In unseren Foren, in unseren sozialen Netzwerken, auf unseren Conventions. Schöne Menschen mit perfekten Kostümen, Sixpack bei den Männern und die Frauen aufgestylt und die Oberweite dekorativ in Szene gesetzt. Ich meine, diese Veranstaltungen waren doch bis dahin unser Territorium. Da waren wir unter uns, endlich mal abseits von den anderen, konnten ungestört unseren Hobbys frönen, uns ungestört unterhalten, ohne schräg angeguckt zu werden. Und dann waren sie plötzlich da, die Fake Geeks. Drangen einfach so in unsere Welt ein. Ich meine, haben die damals die Einführung von D&D 3.0 miterlebt? Oder haben die, wie wir, jeden Samstag um 17 Uhr ZDF eingeschaltet, weil da die neueste Folge von Star Trek TNG kam? Nein. Ne, jetzt aber mal im Ernst. Meine letzte Zeit hat sich ein regelrechter Shitstorm gegen sogenannte Fake Geeks entwickelt. Das erste Mal ist das in meinen persönlichen Fokus geraten, als vor einem Jahr ungefähr der Comiczeichner Tony Harris sich über Facebook über die Fake Geek Girls auf Conventions aufgeregt hat und diesen Fake Geek Girls, den Cosplayerinnen, die halt sehr gut aussahen, vorgeworfen hat, sie würden sich daran aufgeilen, so als Wichsvorlage für die Nerds, die sie aber eigentlich verachten würden, sich zu präsentieren. Naja, und das entwickelte sich dann ein regelrechter Flame War zwischen Harris und seinen Verbündeten und denen, die sich angegriffen fühlten, jetzt vor allem diese Cosplayerinnen, die anfangen mussten, sich plötzlich zu verteidigen für das, was sie taten. Sie mussten sich rechtfertigen, mussten erklären, dass sie vielleicht schon lange Geeks sind oder dass sie, wenn sie bestimmte Comiccharaktere darstellen, diese Comics auch wirklich gut finden. Und das war erst der Anfang. Seitdem hat eine regelrechte Hetzjagd auf Fake Geeks im Netz begonnen. Angriffspunkte gibt es viele. Vor allem weibliche Geeks mussten sich plötzlich rechtfertigen, wenn sie über Rollenspiel, Comics oder so geblockt haben. Man durfte sich nicht mehr Gamer nennen, wenn man zum Beispiel nur an Konsolen gezockt hat und nicht am PC. Da wurden ganz harte Linien gezogen und dabei, ich meine, Geek ist nur ein Begriff, ist nur ein Wort. Das hat keinerlei Bedeutung. Das kann man unterschiedlich auslegen. Es gibt keine festgelegte Definition, was ein Geek ist und was nicht. Es gibt keine Grenze. Hier hört der Geek auf und hier beginnt der Geek. Das ist keine Auszeichnung, ein Titel, den man stolz vor sich her trägt und über den man sich definiert. Es geht darum, dass alle Leute einfach das tun, was ihnen Spaß macht. Ich meine, darum geht es doch letztendlich. Dass wir alle einfach den Hobbys frönen, die uns gefallen. Und wenn man jetzt beispielsweise eine Fernsehserie nach der anderen suchtet, aber noch nie Rollenspiel gespielt hat oder noch nie auf einer Convention war, ist man dann weniger Geek als andere, wird mir dann das Recht entzogen, auf eine Convention zu gehen. Bullshit. Klar gibt es Leute, die seit 20 Jahren larpen. Und dann gibt es die, die erst dieses Jahr das erste Mal mit dem Latexschwert über die Wiese vom Conquest gerannt sind. Sind die weniger wert? Haben die weniger Anrecht darauf, Spaß daran zu haben? Ich glaube nicht. Jeder hat das Recht, so viel Geek zu sein, wie er will. Und das ist ja keine Competition, es ist ja kein Geek-Wettkampf. Deutschland sucht den Super-Geek oder so. Sondern es geht darum, dass wir das Leben genießen. Ich meine, in dem Moment, wo wir anfangen, uns aneinander zu messen und zu schauen, ich habe mehr Serien geschaut als der und ich kenne mehr Rollenspiel-Regelsysteme als die, in dem Moment, wo wir uns anfangen, aneinander zu messen, da vergeht doch der Spaß. Ich will mir doch nicht alle Staffeln Stargate-Atlantis reinquälen, nur damit ich ein besserer Geek bin. Ich meine, worum ging es ursprünglich mal? Es kann doch nicht sein, dass Leute auf Conventions gehen oder sich in Foren begeben oder bei Facebook posten, um dann dafür verurteilt zu werden. Diese Community hat sich ja gerade erst gebildet, weil wir für das verurteilt wurden, was wir waren. Wir waren doch auf Conventions und auf LARPs und haben uns getroffen, damit wir mit Leuten zusammen waren, die uns eben nicht verurteilt haben. Und genau das, was wir damals schlecht fanden, tun wir jetzt selbst. Wir verurteilen andere dafür, weil sie andere Interessen haben oder noch nicht so lange dabei sind, sich gerade erst durch Superheldenfilme beispielsweise für Comic interessieren und noch nicht seit 20 Jahren alle Marvel- und DC-Serien verfolgen. Am Ende sind wir Geeks, ja, trotzdem eine große Gemeinschaft, egal ob fett oder gut gebaut, ob hässlich oder schön, das ist überhaupt nicht der springende Punkt. Die Leute, die wir als Fake-Geeks bezeichnen, die nehmen uns ja nichts weg. Die wollen ja nur teilhaben. Warum lassen wir sie nicht teilhaben? Was sind überhaupt Fake-Geeks? Ich meine, es steckt bestimmt keine Boshaftigkeit dahinter, wenn man 1000 Stunden in seinem Cosplay-Outfit steckt und auf einer Convention aufmarschiert. Und es ist doch eine Schande, dass Geek-Girls sich mittlerweile rechtfertigen müssen dafür, dass sie halt ein bisschen herausgeputzt auf eine Convention gehen in einem Cosplay-Outfit und nicht dem typischen Geek-Klischee entsprechen. Das ist doch genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen doch nicht nach Äußerlichkeiten beurteilen. Aber genau hier tun wir es. Der Grundgedanke der Gemeinschaft war doch mal, dass man abseits der normalen Gesellschaft trotzdem akzeptiert wird. Und warum wenden wir das jetzt gegen uns selbst? Wieso verurteilen wir jetzt selbst? Ich finde, am Ende kann doch jeder so viel Geek sein, wie er selbst will. Man tut ja keinem weh. Am Ende ist Geek auch nur eine Definitionssache und irgendein dummes Wort, was ein Klischee bezeichnet. Wir sind doch alle Individuen. Ich nicht. Nur diese Geek-Partys, wo sich Leute, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, als Geeks verkleiden. Das finde ich demütigend. Also das ist echt scheiße. Aber ansonsten kann doch jeder machen, was er will. Also, ich halte die große Akzeptanzflagge hoch und sage, jeder darf auf Conventions gehen. Und jeder darf Geek sein. Auch wenn er erst seit einem Tag dabei ist, wenn er seit zehn Tagen dabei ist, wenn er seit zehn Jahren dabei ist. Es ist ganz egal. Am Ende zählt, dass wir Spaß daran haben. Dass wir das, was wir gut finden, genießen und das Leben genießen. Also, Frieden unter den Geeks, sage ich. Das ist meine Botschaft an euch da draußen. Zuletzt, was haltet ihr davon? Das möchte ich auch noch wissen. Hasst ihr diese Fake-Geeks? Verurteilt ihr Leute, weil sie auf Conventions vielleicht nicht so viel wissen wie ihr? Oder fühlt ihr euch sogar angegriffen, weil ihr nicht alle Marvel-Serien gelesen habt und habt das Gefühl, ihr müsstet euch ständig rechtfertigen? Ich finde auf jeden Fall, die Hexenjagd sollte langsam ein Ende finden und jeder Einzelne kann damit anfangen. So viel von mir und ich sage Tschau und bis zum nächsten Mal. Ganz pünktlich GTA 5 und es ist sogar noch eingeschweißt. Ich werde die nächsten Tage wohl in Los Santos verbringen. Sozusagen, du hast es gespielt, ich nicht. Ja, ich erzähl dir erstmal so. Ja, worum geht's im Spiel? Also, nach Arkham Asylum war ja das Asylum größtenteils zerstört und die ganzen Irren wurden dann quasi von Bürgern